Hallo und herzlich willkommen zum ersten Heimspiel im College gegen Arizona in Georgetown. Wir natürlich mit Georgetown hier klatschen alle ab beim Warm-up. Und nun ja, wir spielen gegen Arizona bei uns daheim. Unser erstes offizielles College-Spiel. Mal schauen, was so geht, würde ich sagen. Hier sieht man Alabaster, unseren Buddy und hier die Kapelle von Georgetown. Nun, dann würde ich mal sagen, lasst uns anfangen. Wir haben Ballbesitz, fangen mit Ballbesitz an und fangen direkt mit einem Pick'n'Roll an, mit unserem Center, so wie es sich gehört. Hat zwar nicht so gut geklappt, aber wir haben weiterhin den Ball und lassen jetzt mit einem Power-Forward uns wieder ein Pick'n'Roll starten. Sehr gut gelaufen vom Power-Forward und er macht ihn direkt rein mit dem Layup. Hier tun wir auf Felix, glaube ich ist das. Oder wie er auch immer heißt, ich weiß nicht mehr, Small-Forward machen wir einen Pass. Er macht den Dreier rein, ganz easy, ganz leicht, ganz ohne Probleme. Hier holen wir uns den Steele direkt von unserem gegnerischen Point Guard und verwandeln ihn direkt mit einem Dunk. Als nächstes würde ich sagen, machen wir wieder einen Pick'n'Roll mit unserem Power-Forward. Klappt super. Wir kommen komplett durch und können den Ball einfach reinhauen. Gibt sogar ein Special-Highlight mit dem Georgetown-Logo. Nun ist Halbzeit. Mal sehen, wie sind die Stats. Wir führen mit 17 zu 6 Punkten. Ganz ordentlich, würde ich sagen. Meine Performance ist ja 4 Punkte, 2 Assists. Nicht das Beste, aber was geht, aber ist okay. Dann holen wir uns hier den Rebound und laufen den Fast-Break. Und passen einfach auf unseren Center. Heißt der Luis oder so? Keine Ahnung. Egal. Ist mir auch relativ egal. So, jetzt hauen wir wieder das Pick'n'Roll raus mit unserem Power-Forward. Da dachte ich, mit Warren heißt er. Das weiß ich. Und das macht er hier ganz schön eine saubere Bewegung. Ohne Probleme macht er den Wurf rein. Den Korbleger. Nun ist klar, dass bei so einer Ballführung wir uns jetzt Ziel holen. Und schmeißen einen Eli-Hoop. Der ist sehr, sehr, sehr schön angekommen. Sehr schön. Ist zwar nur ein Layup, kein Dank, aber war in Ordnung. Als nächstes, immer wieder Spielaufbau. Ein paar Moves dranhängen. Pick'n'Roll. Und wir ziehen einfach durch. Ziehen das Foul. Kein Add-One. Schade. Naja, und jetzt müssen wir die Freiwürfe funneln. Das ist jetzt auch neu. Wie das geht. Ich klasse mich noch kurz ab. Center. Im Hintergrund aller Bester und der auch chillt. Naja, wir müssen das voll kriegen. Natürlich. So. Erster Freiwurf haben wir reingemacht. Zweiter Freiwurf. Sehr schön. Naja. Also die Wurfselection von der Gegend von Arizona war jetzt ziemlich für den Arsch. Price. Price heißt er, nicht Felix. Price. Macht den rein. Jetzt holen wir uns wieder den Rebound. Und passen direkt auf Alabaster. Der wirft natürlich nicht, obwohl er frei ist. Passt zurück. Wir machen wieder ein Pick'n'Roll mit unserem Power Forward. Wir kommen vorbei und danken einfach rein. So, hier verstricke ich mich in ein Double Team. Wir passen den Ball auf jeden Fall weg. Jetzt ist Warren, unser Power Forward, ganz frei an der Linie. Kickt den natürlich nicht rein. Kann natürlich keinen Dreier werfen, aber passt zurück. Wir cutten rein in die Zone. Und können den Korbleger verwandeln. So, jetzt sind wir auch schon am Ende des Spiels. Ja, es ist schon Full Court Defense von dem Gegner. Aber wir können uns gut befreien. Laufen Pick'n'Roll mit unserem Backup Center. Das Double Team kommt. Wir passen zu Felix. Felix passt zum Center. Und wir werfen einfach den Dreier. Einfach mal. Und haben ein bisschen Glück. Lucky Bounce. Gott sei Dank geht er rein. Spiel ist zu Ende. Wir gewinnen 13 Punkte, 3 Rebounds, 6 Assists, 3 Steals. Ordentliche Leistung. Mitspieler-Note A. Mal sehen, was noch so kommt. Für Clark Kellogg und Greg Anthony. Die Kraftprognose ist vom Lottery Pick zu Lottery Pick geblieben. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Egal. Lottery Pick bin ich mit zufrieden. Now let's get into today's lesson. I'm gonna skip over what molecular biology is. You should have done your reading last night, so it should make more sense to you. Molecular biology deals with genetics and DNA, but it also focuses... Get some. Get some of that, man. You can't touch me in this game. Hi. I didn't mean to interrupt. Oh, hey. What's up? I just wanted to make sure you had your part of the biology project. Yeah, yeah, I got it. Awesome. Can I see it? Oh, yeah, sure. Uh, oh, here we go. Let's see. It should be in the cloud. Oh. Check your phone. Okay. Got it? Yeah, we're good. All right. Just to be clear, I wasn't trying to check up on you or anything. I just wanted... It's a group project. Yeah. No, don't worry about it. I'm sorry earlier for dozing off in class. We just had a late practice, and then we had a... We're good. Um, don't even worry about it. It's not a problem. Yeah. I just didn't want you to think that I was a dumb jock or something like that. We're good. Don't make it awkward. All right. I forgive you as long as you bring the team to the title. Oh, really? Really? Yeah, my family's been big supporters of the team, and my parents get real cranky when they lose, so don't lose. It's simple, right? Yeah, simple enough, I guess. So your dad was on the team, or...? Oh, no. My dad ran track. My mom played basketball. She's got a jersey in the rafters, too. Wow. Jersey in the rafters. That's what I'm up against? Yeah. I mean, small, dainty shoes to fill. So, no problem. Right? Good luck. Bye. Bye. Bye-bye. Uh-huh. Oh, I am gonna miss you next year. What are you talking about, man? Come on, bro. You'll be pro next year. You think so? Why would you stay for two? Well, I don't know. I honestly hadn't even thought about it yet. I mean, the draft is so far away, and there's still a lot of stuff to figure out. I mean, the season's long, right? Yeah, well, you better start thinking about it. I mean, this season is almost over. Alright? Anyway, let's get back to it. Yeah, back to it. Uh, and buckets. Ha, thank you. Das zweite College Game gibt's dann morgen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr wisst, was zu tun ist.